Du hältst dich an keine Regeln. Warum kannst du nicht mehr so sein wie deine Schwester? Du bist immer elegant, ohne dass du dir Mühe geben musst. Du machst, was du willst. Du weißt, was man sagt und was nicht. Im Gegensatz zu dir. Dafür zahlst du jetzt den Preis. Du weißt nicht, wie die Welt da draußen ist. Dieses Leben, das sie von mir will, das will ich nicht. Sissi! Keine Gefühle. Verstanden. Da draußen muss es noch etwas anderes geben. Niemand wartet auf ein Mädchen wie dich. Und das ist? Sissi, Elisabeth. Machen sie das immer so? Andere heimlich beobachten? Er war am Schloss und hat nicht mehr rausgefunden. Das kenn ich. Du kennst mich, ich hab ein dickes Fell. Hast du nicht? Ich will einen Mann, der meine Seele sandbar. Verstehst du? Manchmal sag ich einfach genau, was ich denke. Vielleicht bringen sie mir das bei. Ich hab versprochen, dieses Wochenende nicht durcheinander zu kommen. Dafür ist es zu spät. Wie warst du denn, bevor du Kaiser warst? Lebendig. Aber ich will dich. Ich möchte eine junge Dame um ihre Hand. Elisabeth. Ich hab sowas noch nie gefühlt. Du hast deinen Spaß gehabt. Was ist dann passiert? Warum sollte er dich haben wollen? Es ist kein Spaß. Elisabeth oder keine. Niemals kannst du eine Kaiserin sein. Willst du Habsburgs Kaiserin werden? Du wirst ihn ruinieren. Um mich herum sagen mir alle, was ich tun soll, mein ganzes Leben. Ich will selbst über mein Leben bestimmen. Was ist so schlimm daran? Ja. Du sagst die Wahrheit, wenn es sonst keiner tut. Jemanden wie dich brauche ich. Es ist wunderschön hier. Auf den ersten Blick, ja. Meine Familie hat ein Talent, schöne Dinge für etwas Hässliches zu benutzen. Ich hoffe, dass ihr das alles wert ist. Dieses Schloss hat auch einen Plan für sie. Es verändert die Menschen. Du wirst dich in den Zirkus gewinnen. Dass ich die verloren hab, mein ich. Liebt er sie denn? Wir schaffen das. Zusammen. Eine Heirat aus Liebe. Ist es denn erlaubt? Probier mal etwas Neues. Dann lass mich nicht mehr so stehen. Sie wissen doch gar nicht, wie sie ist. Hast du gesehen? Die Menschen haben sie sofort. Das ist ihre Reise ab hier. Fragen Sie sich nicht, wie es ist. Draußen. Hinter dem Tor. Die Menschen sind immer noch unglücklich. Zu viele leben in Armut. Franz. Du kannst das alles ändern. Ich weiß es. Er sieht sehr glücklich aus, Elisabeth. Und das macht mich sehr glücklich. Ich weiß, es ist nicht leicht, ihm mit allem zu teilen. Du fühlst es sich nicht an. Er erzählt mir alles. Deine Zuversicht beeindruckt mich. Eine Familie braucht sich für eine wichtige Sache, aber es ist nicht ausbeugt. Befolgen Sie stets diese drei Regeln. Berühren Sie niemanden. Die Kaiserin muss stets unantastbar, unnahbar sein. Immer. Ich hoffe, die Menschen werden sich daran erinnern, dass ich eine gute Kaiserin war. Sehen wir, wie die Gendarmerie die Menschen behandelt. Die Gendarmerie hat sie beschützt. Ganz einfach, weil sie und ich in dieser Familie da sind, um Beifall zu klatschen. Du darfst den Menschen nicht zu nahe kommen. Es ist gefährlich. Warum? Weil du die Kaiserin bist. Du stehst über ihn. Und genau deswegen hassen uns alle, weil wir uns nicht benehmen wie Menschen. Nicht ansprechen, nicht angucken, nicht anfassen. Was soll das denn? Du hast keinen Schimmer davon, was du tust. Lieber Vater, das Leben ist wie ein Rausch und ich lasse mich einfach treiben. Was glaubst du, ist das Wichtigste, das ein Herrscher besitzen muss? Denn für was anderes braucht man mich nicht. Mitgefühl. Menschen zünden das an, wenn sie um Hilfe rufen. Wenn du ihnen helfen willst, musst du bleiben. Sprich nicht mit mir wie mit einem Kind. Dann benimm dich nicht so. Wenn du nachts herumgeistest, dann werden wir uns immer verpassen. Sieh mich nicht so an, ich kann nichts dagegen tun. Den Menschen geht es schlecht, was ist so kompliziert? Du hast keine Vorstellung, was ich alles tue, damit sich hier etwas ändert. Nachsichtig zu sein, Mutleid zu haben. Manchmal muss man das Kranke herausschneiden, auch wenn es weh tut. Ich liebe nur dich. Warum kann das nicht genug sein? Was ist es, dass wir herausschneiden müssen? Ich wollte für Franz eine Frau, die ihn stützt. Dass du dich in Gefahr bringst. Dass du dich benennst, als hättest du den Verstand verloren. Öffnen Sie das Tor. Auf keinen Fall. Öffnen Sie das Tor, sofort! Dass du dich nicht an Regeln halten kannst. Aber genau deswegen wolltest du mich haben. Sie wollten eine Handpuppe. Ich will eine Kaiserin, die unsere Krone mit Stolz trägt. Ich will mehr, Franz. Ich kann nicht eingesperrt sein. Wir brauchen eine Kaiserin, die uns vor dem Untergang rettet. Eine Kaiserin, die die Zeiten überstrahlt. Ich brauche jemanden, der auch mal zufrieden sein kann. Das bist du nicht, Elisabeth. Ich bin lieber die Verrückte in Possenhofen, als einen Tag länger Kaiserin an diesem Hof. Ich habe mich nie gerne in Regeln gehalten. Und manchmal muss man sich an die Regeln halten und uns gewinnen. Meine Tochter. Du wolltest deinem Leben einen Sinn verleihen. Hast du ihn gefunden?